Musik Hoffentlich ist der Arsch hier drin, Mann! Eine Kratzer im Lacken! Die 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 Kratzer im Lacken! Oh nein! Oh nein! Die Kratzer im Lacken! Das war knapp! Oh mein Gott! Die Kratzer im Lacken! 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 Was zum Teufel geht hier und- UNTERTITELUNG Oh Scheiße, nein! 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 Die Erde ist der dritte von acht Planeten des Sonnensystems. Kürzlich drang ein unbekanntes Objekt an der äußeren Grenze unseres Systems ein. Die Erde ist der erste Untersuchung. Diego! Du musst damit aufhören! Diego! Hör zu, bitte, wir müssen hier raus, wir haben keine Zeit für sowas. Die Erde ist der Bombe hoch, wir müssen hier weg! Ich bin nicht verstanden. Verstanden. Lebensräume werden die Kredilversorgung überlastet zur Analyse zum Schiff gebunden. Nein! 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 Die Objekte sind langsam schwächer. Wir sind nicht im All! Wir sind nicht im All! Ich fahre so ohne dir auch den Hinter. Ich fahre so. 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 Oh yeah. Ich fahre so. 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 Ich fahre so.